Team Deathmatch In den Sniper gesprungen, das kann man nicht Oh mein Gott Oh mein Bastard, ich will Nein, mein Bastard, irgendwie so Auf wen ist es geschossen? Das sind eigentlich die Camper-Idioten schon wieder Einfach rumbringen Camper-Idioten Natürlich wird keiner hinter uns Boah ich hab aber übelst gerade Latenzen, Alter Ich gerade auch Ich auch Oh, ich hab schon weggepumpt Ne ganz schwer, warte Magnum Ich wollte gerade sagen, ich hab den, weil es der selbe Charakter war Ohhhh Dahin, ja Ohhhh Ach, Mann Ich hab mich veraimt Ich hab mich veraimt Wackere Nate Die ist so in der AK-Sendung, sieht gar nicht aus wie in der AK hatte geschluckt freundliches spionage abwehrflugzeug im anflug oh schon wieder bob du bob versorgt mir gerade die tue ich werde latenz die riech ich werde den 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 uhr ich steige mal den heli weg oh Junge Junge JAAA genau er wirft einfach die samtex und das ding fliegt genau auf mich zu Granate! Mit dem Feind herz! Kessel! 2 Eliminieren! 2 Eliminieren! Ja! Alter, der Spot dahinten, der wiederhört. Alter, ich bin in dem Ende nicht vor dem Spot. Hast du auch? Ja, das tut mir leid. Wir liegen vorn. Nicht nachlassen. Neue Ruhes Herz auf. Die Luftzeit verlässt das Einsatzgebiet. Die Luftzeit aufgelaufen. Schnell reagiert, danke. Tod. Was hat mich gekillt? Oh, lol. Dreck, Digga. Rechtliches Geschütz, eigentlich. Fenster gestellt. Hat der geschluckt. Ah, letzter Kill. Fick dich. Oh, 43 zu 8. Fand ich für ne Runde. Das Game ist doch vorbei, aber ich geh hier nicht. Jetzt, der alte Schwitzer. Guck ihn dir an. Kleiner Reuniger. Anders hier nicht. Betäubungsgranate geworfen. Schwitzt. Der Jensen. Ja. Ich hab nur der erste abgefuckt, Mann. Der hat mit 4 Dash reingedrückt. und denkt eine F��. Stげ. Dreck,hero. Hier ist ein Tonsten..